So, Freunde, wir gehen endlich zurück nach Pyritus. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Ah, Pyritus hat auch so eine geile Musik, ne? So, wir sind beim O-N-B-S, genau, und da hat uns ja der Dude wieder gerufen. Wir müssen zum 50. Mal gefühlt in dieses Gebäude reinsteppen, aber okay. Ja, wenn sich Kirli auf Level 30 zu Gardevoir entwickelt und Basti auf Level 32 zu Seeyong, dann haben wir schon ein bisschen Progress gemacht mit unserem Team, würde ich sagen. Aber noch sind die ersten Mitte 20, ne? So, okay, zack. Ich glaube, der Dude war's, der immer was von uns will. Machst du Witz, der Team Krall hat eine Krallmaschine geklaut? Tu doch was! Ja, bin ja schon dabei, ich suche nach einer Lösung. Hm, das sieht echt nicht gut aus. Wir konnten nichts Neues über Team Krall in Erfahrung bringen. Ja, warum hast du mich dann hergerufen? Sie scheinen aber nicht an Team Kryptos Machenschaften beteiligt zu sein. Team Krall arbeitet offenbar in eigener Sache. Und dafür sollte ich jetzt herkommen, oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oh, die ist die Olle, die das Mobile haben wollte. Team Krall, was? Ich dachte, das ist vor fünf Jahren zusammen mit dem Team Krypto von der Bildfläche verschwunden. Warum sollen die auch verschwunden sein? Nur weil es dem anderen Team nicht gut ging. Bin ich falsch abgebogen, Leute? Muss ich nicht genau zu dem, Dude? Moment mal, lass mich mal ganz kurz im PDA nachsehen. Krypto. Äh, nein. Nicht das. Mailbox. Äh, Lenny. Lenny von ONBS. Aber das ist doch hier. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Alright, guys. Äh, dann gucken wir mal. Ist das vielleicht das? Nein, das ist irgendein Dude. Lenny soll sich im ersten oder im zweiten Stock befinden. Warum auch immer der Typ so unwichtig ist, dass er scheinbar überhaupt nicht raussticht. Ähm. Aber ich glaube, das ist eher der zweite Stock. Ist Lenny vielleicht der Kameramann? Oder wer zum Teufel ist Lenny? Wir haben Beid gefunden, wir haben Malte gefunden, wir haben alle... Oh, hier, das ist Lenny, oder? Hey, Lenny. Ja, da ist er ja. Ich bin froh, dass du hier bist. Hab auch schon auf dich gewartet. Was mit deinem Arm passiert? Wo ist die Krallmaschine? Jetzt verstehe ich. Team Krall hat also, äh, dir deine Krallmaschine weggenommen. Vor ungefähr fünf Jahren hat Team Krall mit Team Krypto zusammengearbeitet. Aber als Team Krall die Krallmaschine gestohlen wurde, ließ Team Krypto sie fallen. Oh, wie eine heiße Kartoffeln... Äh, Kartoffel. Kartoffeln, alle. Ich dachte, Team Krall hätte sich aufgelöst. Oh. Ich versuche sofort mehr über Team Krall in Erfahrung zu bringen. Ich lasse es dich sofort wissen, sobald wir das herausgefunden haben. Du hast mich doch gerade angeschrieben mit einer Mail. Ach, richtig. Fast hätte ich diese E-Mail vergessen nicht bekommen. UNBS wurde von, äh, vor, äh, jemandem kontaktiert, der vorgibt, eine Kryptoanlage, aus einer Kryptoanlage geflohen zu sein. Wir haben darüber diskutiert, ein Nachrichtenteam hinzuschicken, aber es gibt keine Garantie, dass es nicht eine Falle oder zumindest gefährlich sein könnte. Es fällt mir schwer, dich zu fragen, aber könntest du dich vielleicht dort einmal umsehen? Digga, wir wurden gerade betäubt. Wir wurden gerade chloroformt, Alter. Oh, danke. Ich wusste, dass wir, äh, dir vertrauen können. Die Kontaktperson heißt Horatz. In der Wüstenbar? Oh. Als ob. Wir brauchen deine Hilfe. Wir versuchen über Team Krall, äh, zu erfahren. Was? Mehr über Team Krall zu erfahren, während du weg bist. Okay, ähm. Ähm, wir müssen in die Wüstenbar. Die Wüstenbar war der, die allererste Map oder der allererste Ort, wo man war oder wo man hinkam im Pokémon Kolosseum. Da konnte man, by the way, auch Pokébälle kaufen. Ähm. Ja, noch vor Fennak. Das ist crazy, dass wir wieder nach, äh, in die Wüstenbar. Also, ich glaube, jetzt haben wir alle Sachen freigeschaltet, ne? Der Lagraturm, der Duellberg, Fennak, Pyritus. Äh, die Wüstenbar. Ich glaube, wir haben alle Orten, äh, Orte jetzt freigeschaltet, die man im Kolosseum hat. Warte, eine fehlt. Äh, Orkus. In Orkus waren wir noch nicht, ne? Ja, ja. Wenn wir noch nach Orkus können, Alter, dann haben wir alles abgegrast. Und wie viele neue Orte haben wir? Zwei? Oder so? So, Queen ist wieder irgendwo aufgetaucht. Ja, leckt mich, Queen, Alter. Oh, die Musik. Yo, die beiden, oder wie? Als fucking ob. Oh, ich bin voll. Das war die erste volle Mahlzeit seit langem. Hä, ja, das ist, äh, ganz klasse. Wie nennt man den? Plöid? Plot? Plot? Aber das ist wirklich, äh, richtig geile Art zu leben, ne? Der Lifestyle. Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, weißt du? Vielleicht soll ich meinen Lebensstil ändern. Äh, was redest du denn da? Äh, Hain. Das klingt gar nicht nach dem Hain, den ich kenne. Hast du den Traum vergessen? Den Traum von unserem Boss? Eines Tages werden wir alle Pokémon auf der ganzen Welt besitzen. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Die Queen? Er ist hier? Wir haben gerade noch eine Nachricht bekommen von dem Jungen. Oh, habt ihr gerade über mich gesprochen, ihr kleinen Schatzileins? Nanu, wenn das nicht dieser haarsträubend unangenehme Kerl ist, der mir damals am Poképlatz fast meine Frisur ruiniert hätte. Ja, das nenne ich ein perfektes Timing. Nach dem Essen sollst du Ruhm oder tausend Tanzschritte tun. Ach, Ruhm, nicht Ruhm. Und nicht in grunde Boden zu tanzen. Und Musik bitte. Okay, random Match gegen die Queen. Hat er jetzt die ganzen Krypto... Der hat wieder 5 Lombreros. Okay. Level 26. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Confusion und Aurora Beam. Ist zwar nur neutral wegen dem guten Typen-Typing von Lombrero, aber das ist okay. Ey, wir machen so wenig Damage, Mann. Wir machen so wenig Damage. Ist unglaublich. Nehmen wir mal ein Beispiel für die Queens Haarpracht. Oder an die Queens Haarpracht. Ja, das wird bei mir leider nicht mehr passieren. Aber, äh, ich wette, die Queen hat auch eine Perücke auf. Ich wette, das ist auch so ein Glatzi. Der macht das nur zur Kompensation, Alter. Ne, genauso wie er seine Größe mit seinen Stöckelschuhen kompensiert, kompensiert er seine Glatze mit seiner riesen Perücke. In Wirklichkeit ist es ein ganz armer Schlucker. Ballett-Move. Haia. So, kann das Lombrero jetzt bitte sterben? Wir brauchen mehr Damage, Freunde. Wir brauchen mehr Damage. Vor allem brauchen wir endlich mal Psych-Strahl oder sowas, ey. Confusion ist so wack mittlerweile. Ich meine, sogar Basti hat einen Aurora-Strahl. Ich überlege mir gerade, ob wir switchen sollen. Ja, komm, wir gehen mal zu Cremor. Und zu... Mach-Blitz. Mit seinen Dance-Moves will er seinen Kleinen kompensieren. Ja, true. True. So, da kommt der Mega-Sauger. Mega-Sauger auf Dingens wäre vierfach resistent, ne? Ich hätte vielleicht umgekehrt tauschen sollen, aber gut. So. Ey, das ist krass. Warum kommt mir das nur so... Kommt mir das nur so vor? Oder waren die Pokémon damals irgendwie... Viel bulkiger? Haben aber kaum Damage gemacht. Ne? So, also mir kommt es wirklich so vor... Als ob die Pokémon hier einfach alles tanken. Und niemand stirbt. Und wir einfach fünfmal den gleichen Angriff machen müssen, um irgendwas zu killen. Ist schon krass. Obwohl die Stats ja theoretisch gleich gewesen sein müssen damals. Na ja, Konfusion 50 und Konfustral 65. Ja, aber das macht schon einen guten Unterschied aus. Oh Gott. Ah, jetzt hat er tatsächlich die Dinger. Äh, vor allem... War Konfusion nicht 40? War es 50? Ich glaube... Ja, nee. Es war, glaube ich, 50, ne? Kann gut sein. So. Aber ich meine, stell dir mal vor, wir hätten jetzt nur Donnershock. Donnershock hätte halt noch weniger gemacht. Insbesondere Stab, ne? Du musst dir mal vorstellen... Donnershock kommt mit Stab auf 60 Stärke. Ähm... Schockwelle kommt mit Stab auf 90 Stärke. Und ob 60 oder 90... Ne? Der Unterschied ist dann halt noch krasser mit dem Stab. Konfusion hat 75 mit Stab. Psychstrahl hat... 93 mit Stab. Also fast 100. Ist halt schon... Nicht zu verachten. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Die Musik ist halt schon groovy, ne? So, jetzt kommt Kapaloris. Der Kapalörris. Pada... 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 So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar EPS snacken können. können mit dem Basti. Oder nicht. Alter, der Two-Shot ist Kapaloris, ne? Ist schon strong. Okay. Okay. Theoretisch. Wenn unser Golbat schneller ist, als sein Kapaloris, wenn er nicht... Ja, doch hat er. Und jetzt geht er auf den Megasauger und killt Basti weg, ne? Und dann reicht nämlich der Flügel... Oh! Basti überlebt! Basti überlebt, Junge! Okay. Ich weiß schon mal, wer die Aquaknarre im Regen nicht überlebt, Alter. Naskinett outspeedet? Okay. Okay. Unsere Robbe wurde gerade von einem, äh... Stein outspeedet. So. Ich belebe jetzt aber mal dieses Ding wieder, weil ich absolut keinen Bock habe, die EPs jetzt zu verlieren. Im Einbeleber? Das ist echt nicht viel. Oh mein Gott, Digga. Nicht dein Ernst. Oh, fuck my life, ey. Fuck my life. Gut. Dann machen wir das eben so. Jackson. Komm schon rein. Wetten. Kielia verreckt jetzt. Wetten. Ja, fast. So, mit dem Mogelheap dürfte das eigentlich reichen. Das ist ja richtig. Das ist richtig räudig, ey. Oh no. Das entwickelt sich nie mehr. Oh fuck, alter. True. True. Das Goldbad wird sich nie wieder entwickeln, alter. God damn it. Gibt es irgendeinen Trick in dieser Gen, wie man Freundschaft steigern kann? Weil wir brauchen die Entwicklung, alter. Wir brauchen sie. So, goodbye. Goodbye. Nasgnet. Mit Massage. Ich weiß nicht, ob man eine Massage kriegt in diesem Spiel. Oh, ich hätte nach dem Essen etwas ruhen sollen. Warum kämpft er eigentlich immer aus Prinzip gegen uns? Wir haben doch gar nichts gemacht. Oh, wie kannst du es wagen? Du Kröter. Aber nächstes Mal zeige ich dir meine Killer-Choreografie. Vorhang bitte. Ich muss weg. Ah, ja. Wehe, dieser Typ sagt uns jetzt irgendwas mit News. Das Frachtschiff Libra wurde in der Wüste nördlich von Fennac entdeckt. Ich hab das doch entdeckt, Mann! Sein rätselhaftes Verschwinden von Team Crypto zugeschrieben. Allerdings ist noch völlig unklar, wie das Schiff die Wüste transportiert wurde. Auch die Motive, weshalb Team Crypto das Schiff entleerte, bleiben im Dunkeln. Glücklicherweise fehlt jede Spur von den Pokémon, die sich hier an Bord befanden. Ach, unglücklicherweise. Warum unglücklich? Die würden da verhungern. Oder verrecken. Ohne Wasser. Verdursten. Die Sorge um ihr Wohlbefinden wächst weiter. Oh, das ist der Horatz. Ich heiße Horatz. Bist du vielleicht Sefi? Schön, dich zu treffen. Ich hatte schon solche Angst, dass die im Crypto mich finden und verschleppen könnte, wenn ich länger bliebe. Ja, du warst gerade in einer Bar mit D-Queen. Weißt du, ich bin auch aus der Crypto-Festung in Norden gewlohen. Was? Du kennst diese Festung? Wow. Ihr Leute von ONBS seid echt gut informiert. Die Crypto-Festung ist eine Fabrik, in der massenweise Crypto-Pokémon erschaffen werden. Als ich herausfand, als ich das herausfand, war ich absolut geschockt. Ich fand das so schrecklich, dass ich geflohen bin. Hä? Du warst da und dann bist du schockiert gewesen und dann bist du geflohen. Okay. Als ich floh, konnte ich ein Crypto-Pokémon mitnehmen. Aber da gab es schon ganz viele Crypto-Pokémon. Ich bin mir sicher, dass seitdem noch viel mehr von ihnen erschaffen wurden. Ja, gibst du uns das Pokémon oder nicht? Als ich noch bei Team Crypto war, redeten alle von einem Jungen, der Crypto-Pokémon krallt und sie rettet. Bist du das vielleicht? Falls ja, dann habe ich eine große Bitte. Würdest du bei dem Crypto... Und es gibt kein PC hier. Er will uns ein Torgepie geben. Ist das wahr, mein Freund? Du reist also ganz allein? Wenn du weiterreisen möchtest, solltest du Vorräte aufstocken. Er will uns ein Torgepie geben. Ich meine, in dieser Gen gab es noch keinen Torgekiss. Von daher... Ne? Ne? Toggetick ist halt echt nicht so cool. Aber... Äh... GD. So, wir holen uns noch ein paar Hypertränke. Ein paar Supertränke. Den einen oder anderen Beleber. Oder Pokersnacks. Wobei, die sind mittlerweile ganz günstig, ne? Wollen wir noch ein paar. Okay. Lenny von ONBS. Wir haben das Team Krallversteck ausfindig gemacht. Es ist ihr alter Unterschlupf nördlich der Wüstenbar. Über die Zahl der Mitglieder und über ihren Anführer Darkrall wissen wir leider nicht. Sei vorsichtig. Ah ja. Übrigens suchst du nicht aus dem Krallversteck? Ich kam daran vorbei, als ich aus der Kryptofestung floh. War ein ziemlich unheimlicher Ort. Den Ort gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Hey, warte doch mal! Hey, ich heiße Willi. Ich weiß jetzt wieder, wer du bist. Du bist der Junge, der Team Krypto aus Fennac verjagt hat, oder nicht? Ich sah dich im Fernsehen. Wo ist ein Michael, Digga? Lass uns mal kämpfen. Oh, Bruder. Hier lang? Hä? Hä? Okay. Yeah! Der Motor läuft heiß. Die Maschine rört. Jetzt gebe ich Vollgas. Rum, rum. Okay. Ist er geistig irgendwo in der Wüste falsch abgebogen, Alter. Ja, wie hoch sind die gelevelt? Level 3? Und ich bin natürlich nicht geheilt, ne? Oh Gott. Okay. Ähm... Bälle... Bällebär. Wir holen die Bällebär. Und jetzt... Noch, äh... Den Superdrank. Die Portion. Die Hie-Portion. So. All right. Hier mal auf Confusion und auf Aurora Beam. Ey, also in diesem... In diesem Spiel muss man echt gegen viele Leute kämpfen. Ne? Warum will der jetzt gegen uns kämpfen? Das ist komplett random wieder. So. Nadelrakete. Ist natürlich sehr effektiv. Warum outspeeden uns Zick-Zachse, Alter? Brauchen die Entwicklung. Brauchen die Entwicklung. Und ich hab nicht das Gefühl, dass wir krassen Progress machen. Wenn's darum geht, hier Entwicklungen abzustauben und so, ne? Ich mein, okay, Basti war heute irgendwie auf 3, 24, aber 27 ist jetzt halt echt nicht die Welt, ne? Aber gut. Wie viele Sonderbombons haben wir schon? Oh, Geradax. Da ja. Da ja. Gut, dann gehen wir mal auf Dark Shadow und knallen mal nen Aurora Beam raus. Immer diese Kämpfe im Pokémon. Ja, Mann. Vor allem diese Random-Kämpfe. Ich bin ja nicht gegen Kämpfe, aber... Wenn die so random sind, Alter... Ich würde nicht auf Basti... Danke. So, Aurora Beam. Oh, geil. Also Basti macht gut Damage, ne? Und einstecken tut er auch einiges. Er ist jetzt zwar nicht das Schnellste, aber... Ja, es müsste halt einfach noch ein bisschen mehr rappeln. Dann wär ich super zufrieden. Fire Blast. Und dann knallen wir da dem Jungen noch einen Supertrank rein. Zack. Zick-Zack ist schnell. Aber das ist der Nachteil an den Animationen. Sie brauchen halt mehr Zeit. Wenn man 30 Kämpfe anschaut. Ja, und ich glaube auch, das ist das, warum Game Freak die Animation so fast hält. Und die Pokémon so simpel. Weil sie sehen schon cool aus. Aber längerfristig gesehen... Ist ein bisschen schwierig. Man hätte eine Einstellung machen können, wo man quasi... I don't know, man. Animationen nicht an und aus, sondern Animationen an, aus und kurz oder lang machen kann, ne? So quasi. Ey, jetzt verfehlen wir den Fire Blast. Oh, Junge. Kino-Modus oder so in der Art. Ja, genau. Irgendwas mit Full-Animations und so, dann, ne? Mit vollen Sterbe-Animationen und so weiter. Aber gut. Äh, Finte kann, glaube ich, nicht verfehlen, oder? Kann... Schauen wir mal. Trifft Finte unter... Nein. Okay. Schade. So. So, ich hätte vielleicht Flamethrower machen sollen, dann wäre das Ding jetzt nämlich tot, ne, aber gut. So, ich lese by the way noch die ganzen Subs vor, keine Sorge, macht euch nicht ins Hemdchen. Soll ich versuchen, meinem Goldbart irgendwie das eine oder andere KP Plus und Eisen und so ein Kram zu geben, oder? Wäre das was? Aber Holla, du bist wirklich knallhart, Kleiner. Ohre in Sicherheit. Ah, ja. So, ähm, Moment mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir müssen irgendwo kurz in ein Pokécenter rein und dann wieder in die Wüstenbahne, damit wir dieses Togepi mitnehmen können. Fire Emblem hat das gut gelöst, wenn man den Knopf gedrückt hält, werden die Animationen verschnellert. Ah, okay. Ja, sowas ist natürlich immer gut, ne? Aber ich finde, man kann da auch einfach eine permanente Option machen. Dann ist für jeden was dabei. Ich meine, theoretisch kann ich auch an einem Emulator das Ganze einfach abspeen. Das ist ja auch nicht das Problem. Aber ich finde, wenn das Spiel dann gespeedet ist, dann drückt man da ständig drauf und das stört irgendwie den Spielfluss in meinen Augen. Ah, genau. Ich finde das einfach irgendwie... Es muss schon so eingebaut sein, dass es irgendwie sich immer noch wie Pokémon anfühlt. Ne, versteht ihr, was ich meine? So, Pokémon Team, wir nehmen mal ganz kurz... Machtblitz raus. !